Hast du am Samstag was Schönes gemacht? Naja, alle Jungs aus meiner Gesangstruppe sind tot, also nicht wirklich. Wenn du Kirsten aus der Buchhaltung nach einem Date fragst, sagst du bestimmt ja. Darum frage ich sie nicht. Zu schüchtern. Zu beschäftigt. Hat er einen Fall schon? Nein. Nein, hat er nicht. Ich bin basiert, um Menschen zu beschützen. Käpt'n, um eine bessere Welt zu schaffen, muss man manchmal die Alte zerstören. Und das schafft Feinde. Die meisten Nachrichtendienste glauben nicht, dass es ihn gibt. Wir es tun, nennen ihn Winter Soldier. Er ist schnell. Stark. Hat er ein Arm aus Metall. Sind sie bereit? Es reicht ein einziger Schritt. Es wird Tote geben. Das kann ich nicht zulassen. Wann fangen wir an? Schon geschehen. Der Preis der Freiheit ist hoch. Und ich bin bereit, ihn zu zahlen. Sie sagt, ich soll keinem trauen. Das ist das Ende. Jetzt ist alles offen. Sieht so aus, als haben Sie jetzt das Sagen, Captain. Verdammt richtig. Wie unterscheiden wir die Guten von den Bösen? Wenn sie auf dich schießen, sind es die Bösen. Das ist die Bösen. Das ist die Bösen. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Das ist die Bösen. Dann kann ich dir das神alisch. Was besonderes. Die Bösen. Das ist die Bösen. Der Preis.